Ein Dach ist lebendiger, als es den meisten Hausbesitzern lieb ist. Mose und Flechten siedeln sich auf den Ziegeln an. Die Oberfläche verdreckt. Witterungsschäden drohen. Die Optik ist stark beeinträchtigt. Das macht vielen Hausbesitzern Sorgen. Muss das Dach etwa neu gedeckt werden? Welche Kosten kommen auf mich zu? Die Antwort ist DACH EXKLUSIV, Ihr Meisterbetrieb aus Rostock. Wir prüfen das Material und den Zustand Ihrer Ziegel. Dann reinigen wir Ihr Dach fachgerecht von Dreck, Mosen und Flechten und reparieren kleine Defekte. Danach versiegeln wir das Dach mit einer wetterfesten Beschichtung. Auf Wunsch auch mit einer super abweisenden Nanobeschichtung. Die Versiegelung ist entweder transparent oder farbig. Aus einer großen Farbpalette bestimmen Sie Ihre Lieblingsfarbe. Das Team des Meisterbetriebs DACH EXKLUSIV macht Ihr Dach wieder schön und erneuert die Schutzfunktion gegen Mose, Flechten und Feuchtigkeit. Wir verlängern die Lebensdauer Ihres Daches und auf alle unsere Leistungen erhalten Sie eine verbindliche Garantie. Mit DACH EXKLUSIV ist Geldsparen garantiert und Zufriedenheit ist recht. Rufen Sie uns an und vereinbaren Sie noch heute eine kostenlose Beratung von DACH EXKLUSIV. Dachversiegelung von Meisterhand aus Mecklenburg-Vorpommern.